Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Nordrhein TV. Wir packen im Moment alle Sachen, denn morgen geht's los mit der Gamescom 2015. Ja und wir haben viele Termine dafür ausgemacht, haben einige interessante Titel glaube ich dabei, werden auch viele, viele Videos drehen und nehmen euch dahin natürlich mit. Das werden ganz verschiedene Sachen sein, viele Interviews, auch viele Präsentationen, die wir uns da anschauen werden. Also viele Videos in den nächsten Tagen und natürlich, wenn ihr selbst auf der Gamescom seid, habt ihr auch die Möglichkeit uns zu treffen beziehungsweise wir hoffentlich die Möglichkeit auch euch zu treffen. Am Donnerstag um 18 Uhr am Südausgang, dann vor der Messe. Das wird sicherlich ganz erfrischend, dann ein bisschen die frische Luft zu genießen und dann können wir da mal ein bisschen quatschen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, würde mich freuen, wenn viele von euch kommen würden. Da sind wir also auch alle dann dabei. Und ja, das ist im Prinzip so der Plan. Wenn ihr auf der Gamescom seid und gerade am Donnerstag nicht dabei seid und ihr uns in den Hallen seht, immer ansprechen. Wir quatschen auch gerne unterwegs mal ein bisschen mit euch, um euch kennenzulernen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und seht in den nächsten Tagen fleißig die erscheinenden Videos. Bis dahin sage ich Tschüss!